Hallo Frau Stappenbeck, geht's Ihnen gut? Ja, sehr. Ja, toll, dass Sie Zeit haben für mich hier am Set und dass ich Ihnen ein paar Fragen stellen darf. Ist ja auch super hier, sieht ja richtig, richtig, richtig cool aus. Ja, ne, finde ich auch. Sind Sie jetzt schon durch mit Ihrem Dreh heute? Für heute sind wir fertig, ja. Wenn ich das hier so sehe und dann Ihren Alltag mir so vorstelle, ja, dass Sie so total viel reisen, wahnsinnig oft unterwegs sind und dann natürlich auch wahnsinnig viel Stress haben und unterschiedliche Temperaturen, Klima oder auch so Staub wie hier, das muss doch Ihre Haut ganz schön beanspruchen, oder? Ja, das stimmt. Darum ist es mir besonders wichtig, dass ich eine tolle Kosmetik benutze, eine tolle Pflege und da bin ich heilfroh, dass ich die Produkte von damals wargefunden habe. Also ich frage das ja immer gerne, gerade bei Schauspielern, wie gehen Sie dann mit dieser komplett neuen Herausforderung HD-Kameras um? Weil ich glaube, das ist ja so für uns Frauen nicht ganz so einfach, oder? Genau, bei HD guckt man nochmal ganz genau quasi in jede Pugel rein und jedes Pickelchen sieht man dann ganz genau. Und da gibt es aber eben hier diese kleine, wirklich für mich echte Wundercreme, die Hydro Repaircreme. Also wenn ich irgendwie ein Pickelchen habe, dann mache ich das über Nacht drauf und es ist wirklich bis jetzt immer wirklich gegangen, dass es am nächsten Tag nicht weg war. Oder ich hatte auch mal so eine aufgesprungene Lippe und da hat nichts geholfen und diese Repaircreme ist da wirklich mein Retter und mein Wundermittel. Das ist ja super, das hilft Ihnen also auch im Alltag, weil ich habe gelesen, Sie sind Mama, Mutter von einer kleinen Tochter und das bedeutet ja auch ein bisschen Stress und viele Herausforderungen. Das stimmt, da hat man nicht viel Zeit, sich allzu sehr zu kümmern und jetzt, also ich bin heilfroh, dass es hier so eine Marke gibt, die hat fünf Produkte. Finde ich total prima und da finde ich immer genau das Richtige für das, was ich gerade brauche. Also nach dem Dreh zum Beispiel mache ich oft einfach eine von diesen tollen Masken aufs Gesicht und währenddessen kann ich auch ein paar Pferdöffeln schnippeln fürs Abendrohen. Und über Nacht, wenn ich es dann brauche, mal die Repaircreme oder eins von den tollen Serien. Also das ist ja total schnell und Sie brauchen nicht so viel Zeit und Sie bereiten sich gar nicht so dolle vorm Dreh vor, sondern mit den Produkten. Genau, das finde ich wirklich unkompliziert und bin wirklich richtig überzeugt von der Wirkung und finde die ganz toll. So viel Zeit verbringen Sie dann, wie Sie gerade gesagt haben, gar nicht vom Spiegel, spielt halt die richtige Kosmetik vor allem eine wichtige Rolle für Sie, oder? Genau, also ich freue mich, dass die auch eben von Wissenschaftlern und auch von einem Dermatologen und Chirurgen mitentwickelt wurde. Mir ist es sehr wichtig, dass keine Paraffine oder Erdölderivate drin sind, keine Parabene und kein Hormonzeug. Und das sind wirklich die allerfeinsten Inhaltsstoffe mit einer wirklich erstaunlich tollen Wirkkraft. Habe ich selten oder noch nie bis jetzt so gefunden. Also auch noch ganz besonders nachhaltig. Das ist ja auch ganz nicht undichtig in unserer Zeit heute, finde ich auch total wichtig bei solchen Produkten. Was ist denn so Ihr ständiger Begleiter? Was haben Sie denn, wenn Sie im Flieger steigen, immer in Ihrer Handtasche? Wirklich die Hydro Repair Creme. Ich kann es auch nicht, genau. Aber ich muss mal gucken, die heißt ja, glaube ich, ich kürze sich immer ab, Hydro Derm Repair Creme heißt. Also, genau. Die Repair Creme habe ich eigentlich immer dabei. Am Set, in der Handtasche immer. Und wenn ich auch noch ans Serum denke, ist das auch gut. Aber vor allem diese Repair Creme, das ist mein ständiger Begleiter. Zuhause, privat, nutzen Sie die Produkte auch? Ja, ja, klar. Was machen Sie denn sonst noch? Also natürlich, um so toll auszusehen wie Sie, gehört natürlich noch ein bisschen Ernährung dazu. Ja. Stressbewältigung, Sport, Broker. Genau, das mache ich eben alles so. Ich habe eine ganz tolle Sportart gefunden, ein ganz tolles kleines Fitnessstudio, das geleitet von einem Heilpraktiker. Da gehe ich zweimal bis dreimal die Woche hin, wenn ich es schaffe und das machen wir so kurze, knackige Einheiten, das finde ich herrlich. Dann versuche ich so gut wie möglich Zucker, Fleisch und Weizen mir wegzulassen, schaffe ich natürlich nicht immer. Aber dann gleiche ich das aus, indem ich mal wieder irgendwie einen grünen Smoothie mache oder irgendwie so. So versuche ich das zu handeln. Genau, und manchmal schaffe ich es sogar zu meditieren, so für die Nerven und so. Das könnte noch ein bisschen besser werden, finde ich. Weil der Effekt davon ja auch immer so toll ist, ja. Aber ich bin dann, glaube ich, zu zappelig und hektisch dafür. Aber das ist ja mein Ziel noch für die Zukunft. Ja, ich glaube, dann habe ich schon ganz schön viel abgedeckt. Ja, super. Dann werde ich mir das mal abgucken und werde sicherlich mal die Produkte von der Masseite auch probieren. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und noch viel Erfolg weiter. Danke Ihnen auch. Danke.